Yo Leute, ich bin der Sticks und Horde mal wieder mit Rebo in der RTC am Start. Ja, moin. Na, ich weiß nicht, ich glaub, die Skorpion wird auf der Web halt nicht so gut sein, ne? Oder? Ja, ich probier's mal aus. Ah! Sack oder hat er! Oh. Was hat er denn? Was? Wie viel Muni hat er denn in seiner scheiß Cup? Der hat ja... What the fuck? What the fuck? Ariana Grande, Alter. Ja, Digga, ich... Vielleicht hat der... Ich weiß ja nicht, aber vielleicht hat der so'n... So'n Infinity Ammo Hack oder so. Weil der hat echt krass weggesprayt. The fuck! Hä? Wie viel hat die... Der hat wahrscheinlich erweicherte Magazine, aber trotzdem. Der fickt doch trotzdem alles weg. Ey, Digga! Ja, Jungs, jetzt kommen wir wieder in der Folge... Die nicht so angenehm ist. Wahrscheinlich. Ich call's jetzt schon rein. Dann müssen wir uns hier wieder anstrengen, ey. Dann muss ich so spielen. Seht ihr? Seht ihr? So, dass ich selber gar nichts sehe. Und dann auch noch verkacke, Alter. Ey, dir No-Name hackt Safecall rein, Alter. Das kann nicht sein, dass er so viel Muni hat. Safecall. Ich call's jetzt rein. Er call das, Junge. So. Ballista. Natürlich snipe ich. Ballista. Loi! Kann es sein, dass er fünf Frags hat und alle waren ich? Null. Ja gut, unsere Teammates stehen 0 zu 3 und 0 zu 7. Schakka da hat er. Da kommt eh einer hier unten lang. Echt nicht? Okay. Ich dachte jetzt. LOL! Hitmarker, Alter. Das war jetzt echt Bimbo. Ey, Jungs. Ey, Jungs. Verteilt mal hier nicht so die krassen Shots. Ey, Digga. 3 zu 10, Jungs. 3 zu 11, Jungs. Sakka da hat er. Wo ist er denn? Hä? Der war doch gerade hier. Jungs. Ey, ich bin scheiße. Wo war er denn? Hä? Hä? Digga, jetzt geh aufs Auto. Ich hab ihn doch gehört. Digga, was... Digga, was... Hä? Alter, ich krieg hier Paranoia, Mann. Gleich werd ich eh wieder vom letzten Eck geholt. Aha! Oh, oh. Einer Todbringer. Ne, Geschützschild in der Mitte. Wo denn? Ach so, das Wallbangt mich. Ja, Ziggy. Pre-Fire Wallbang, oder was? Das sind die Geschütze in Black Ops 2. Könnte ich unterscheiden zwischen einem Fenster und einer Wand. Oh! 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 Ups! Loll! Hey, Digga! Der Waschmeckholz rein. Ey, Digga! Ich bin einfach so ein No-Aimer-Noob. Ich treff gar nichts heute. Ach, da ist ja das Geschütz. Mama, ich bin cool. Mama! Ja, guck dir das Geschütz an, Alter. Das Pre-Fire hat durch die Walls. Ja! Es, es kehrt mich durch die Wand! Warum denn? Hey, du willst mich doch echt ficken. Ja, Jungs, das war eine richtig Scheiß-Runde. Ich dachte schon, das läuft nie, Alter. Lol! Was los? Irgendwie das Gegnerteam hat einen... Naja, das war nur, weil die gejoint sind. Ich dachte schon. Ich denke schon, was haben die für Hypings. So. Ja, Hitmarker, Digga. Alter, ich hab grad drei Leute einfach so fast... Also, sehr, sehr schnell hintereinander gekillt. Lol, Alter. Und dann bin ich gestorben. Ja, wisst ihr, wenn das Game in der zweiten Runde erst gut wird, dann kann man sich's gleich schenken. Die erste Runde muss... Lol, ich hab hier mit dem C4 abgeworfen. Das ist irgendwie lustig. Okay. Hey, ich war drauf. Schiebung. Abgeh... Abgehoben. Was waren die denn? Hä? Ich war doch drauf, Jungs. Habt ihr es gesehen? Ja, den hol ich in irgendeinem... Nimm dir, oder was? Hä? Hey, war das ein Collateral grad? Jungs, das war einer, oder? Nice! Das war ein Collateral. Collateral! Lol. Was war mit ihm los? Wenn jetzt einer hier Geist hat, ne? Dann krieg ich zu viel! Wer hat hier bitte ne Hunter Killer, Revo? Ähm, was? Was los? Oh, oh. Hast du ne Hunter Killer? Ich hab eine gehabt. Haha. Ah, da hat er umgecampt. Ich geh mal zurück, Jungs. Vielleicht schaffe ich ja diesmal den Orbi mit der Ballista. Rechts kommt einer. Ja, ja. Hoffen wir es mal, Jungs. Ja, ich lauf zurück. Oh, shit. Vielleicht war es der. Oh mein Gott. Rechts kommen so viele, Mom. Oh! Hier ist ne A... A-N. Ich hab die A-N, Jungs. So. Ja, auf dem Dach steht einer. Rechts kommt einer. Oder zwei. Hab ich. Jungs, Orbi ist raus. Warte. Was, was, was? Warte. Fuck. Das ist wahrscheinlich doof, jetzt Ballista zu spielen, oder? Ja. Ja, Skrupulos. Los. Ich bin gestorben. Er hätte... Er hätte down sein müssen. Ja, lol. Egal. Pff. Hä? Als ob ich ihn nicht treffe und als ob der nicht reinginging danach noch. Och, Jungs. Egal. Mal wieder Skrupulos hier geschafft. Ich war drauf! Wie kann... Jungs. Also wirklich. Das war jetzt... Vergesst alle anderen Schüsse. Aber der war jetzt wirklich... Lächerlich. Es... Motherfucking. Lol. Fuck. Fuck. Woohoo! Verwündete Drohne näher sehen. Lä. In näher geschossen! Probier! Mal schauen. abschuss abschaum leuwo da habe ich sogar die Konterdrohne mit erspielt, also 27 zu 6 ist gar nicht mehr so schlecht, würde ich sagen mit Schnibbler, also Sniper und hier kommt der Last Kill Pepe Können wir eigentlich mal wieder machen, ne, wäre gar kein Problem so, wir wissen nicht, ob das jetzt die dritte oder die vierte Runde ist, aber wir machen jetzt einfach noch eine das passt schon auf Cargo ja, Digga, ich wollte gerade sagen, auch eine gute Sniper-Map aber da gebe ich einmal Hitmarker und einmal treffe ich ihn irgendwie nicht weil Baum weil Baum, ja Digga, klauen wir halt nicht lol er spielt mit fucking KRM, ernsthaft ist er low Zwieback, Mensch lol so so hä ok ah, im Haus ist einer der hat der SMR, nein, den hast du nicht bekommen oh oh ah, easy ah, easy so, mal gucken oh shit wo geht er hin, Alter oh shit, der wollte mich mit der Remington handen ah, da kommen sie hier links dabei oh mein Gott ich muss hier weg, ich muss hier weg ich muss hier weg Revo schnell er ist dann noch runtergesprungen hinter dir lol ich habe ihn nicht gesehen wo lol, man hat mich noch gesehen ich habe mich dann durch die Wall gewängt ach, schade, Mann naja, egal so ey nice oh mein Gott hätte ich den jetzt so geholt, ne hä ich habe doch mit seinem mit meinem Knife in ihm gesteckt hä, jetzt mal ernsthaft das ist doch nicht legit warum ist er noch ja genau und er knifft mich ernsthaft was ist nicht mehr legit nicht mehr legit ja, Digga Wichser warum ist er noch echt ja, ja wo denn ach, da ja na, egal ich guck mal hier was sonst da abgeht war da gerade einer, ne lol hier müsste noch irgendwo in der Nähe einer sein ja moin wo beim Spawn da müssen noch welche sein ja lol oh Spawn schon bei Orange wieder oh man oh mein Gott spielst du mit spielst du mit MSMC jo hab ich das hab ich das schon mal gefragt nö ah, dann wollte ich es nö ah, alter ich dachte du wärst gerade ein Gegner oh mein Gott hey, die haben doch einen Sniper warum challenge der nicht auf auf dem Plateau da oben lol einer ist ins Haus reingejumped wo ist er hin alter nein jungs alter wir gucken uns noch die killcam an das war nice danach ist die Folge dann auch schätze ich mal zu Ende aber guck dir das mal an alter musste nachladen und jetzt hier alter haut rein haut rein haut rein